Herzlich Willkommen zur Weltpremiere von das Tagebuch der Anna Frank. Wir sind hier im Haus der Kulturen bei der Berlinale. Berlinale ist etwas sehr Besonderes und ich bin sehr glücklich hier sein zu sein. Es ist einfach wahnsinnig schön. Hier sind unheimlich viele Leute. Ich liebe die Berlinale sowieso und freue mich wahnsinnig, dass wir hier heute auftreten dürfen. Ich glaube, das ist der wichtigste Moment, dass dieser Film jetzt gezeigt wird. Ich bin aufgeregt. Also eben gerade im Auto war es schlimm, jetzt geht es wieder und ich freue mich, so den Film jetzt zu sehen. Lea van Acken ist schon ein Naturwunder. Es liegt einfach daran, dass sie so eine unglaubliche Haltung hat zu den Dingen. Lea hat glaube ich vom ersten Tag an das Team irgendwie insofern beeindruckt, als dass sie Anna Frank war. Die Zusammenarbeit mit Lea, das Gefühl jemanden zu spielen, den es wirklich gegeben hat und den irgendwie nochmal aufleben zu lassen, das war sehr besonders. Was macht das Tagebuch der Anna Frank heute noch so aktuell? Ich glaube, es ist eine Geschichte, die immer wieder erzählt werden kann und immer wieder erzählt werden muss. Und deswegen war es wichtig, in der modernen Filmsprache für ein jetzt junges Publikum diesen Film wieder einen Zugang zu schaffen einfach zu der Geschichte. Das Toilste war natürlich Anna Frank an dem Projekt, klar. Und ich glaube, die Machart, wie wir ihn gemacht haben, irgendwie Anna so das Mädchen zu zeigen. Es ist ein wichtiger Film, es ist ein großer Stoff, zu zeigen, was mit den Menschen passiert, wenn sie sich gegenseitig ausgrenzen. Der Film ist so brandaktuell, weil er ganz viele Parallelen zur jetzigen Zeit und der Flüchtlingssituation hat. Anna Frank ist eigentlich der berühmteste Flüchtling. Der Film soll dafür sorgen, dass in den Familien, bei Freunden Diskussionen und Diskurse stattfinden. Filme und Bücher können nicht mehr bewirken als das. Und wenn das passiert, freue ich mich sehr darüber. Ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch irgendein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Stella Kunker, bitte. Ulrich Mölken. Martina Wiede. Martina Wiede. Lea van Acken. Anne Frank. Applaus Ganz toll umgesetzt. Und ich musste gar nicht so viel weinen, wie ich befürchtet hatte. Das ist aber trotzdem natürlich sehr, berührt einen sehr. Was ich wahnsinnig schön finde am Film ist, dass er nicht so ein typisches, epochales, die Alliierten besiegen die bösen Nazis Drama ist oder irgendwie in die Richtung schlägt, sondern dass er tatsächlich irgendwie die Geschichte von Anne Frank erzählt. Ich finde ihn fein gespielt. Ich finde, wir haben hier mit Lea van Acken eine tolle Hauptdarstellerin, von der wir hoffentlich in den nächsten Jahren für sehen. Und ich finde, was man wirklich hervorheben muss, der Film hat eine klasse Musik.